Als ich dich bei den Ausgrabungen gesehen habe und danach dann im Zug, ich wusste, dass ich dich im Café wiedersehe und es war seltsam, ich wusste genau, was du sagen würdest und ich wusste, du weißt, was ich sagen werde und das bevor auch nur einer von uns irgendwas gesagt hat. Und ich hatte das Gefühl, nichts davon kann schief gehen. Äh, hi. Hi. Wenn es etwas gibt, was du unbedingt tun musst, du aber gleichzeitig weißt, dass genau das absolut unmöglich ist. Ich hab's dir doch erzählt. Du weißt, was er für mein Leben bedeutet. Weil es nichts von uns gewollt ist. Sondern es passiert einfach mit uns. Es passiert. Ich hab's dir doch gerade mit uns. Ich hab's dir doch mal gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020